Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte Tagesschau-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben. Und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Vielen Dank.